So, liebe Leute, nur eine kurze Zwischenmeldung, der Link ist da, als ich meine da, könnt ihr jetzt schauen, ob ihr euch darauf bieten wollt oder nicht, wollte ich euch noch kurz nochmal Bescheid geben, dass es jetzt drin ist. Ich schaue mal, ob ich vielleicht morgen doch noch das Video mit dem Vertiklin kriege, ich glaube aber nicht, aber beim Rostrum bin ich schon, vielleicht kommt es auch irgendwann zwischendurch nächste Woche und noch vor dem ersten Neuzugang-Video vom Januar, nächste Woche Freitag. Wir werden sehen. Euch ein schönes Wochenende soweit und ja, bis dann.